Oh mein Gott, wir haben nur 1-Pumps! Maus, du Reset das Beste! Digga, das ist die erste Runde, wo ich jetzt da bin. Vor allem da sind 2 Blue-Pumps rausgekommen. Digga, er hat mich schon wieder so viel Damage gegeben. Nice, hab ich es gehört. Über mir ist ein Gegner. Oh, chillt der. Chillt hier irgendwo. Ich hab Angst, dass der Cam wird. Soll ich einfach zu door rushen? Ich hab schon so was killed. Digga. Wir beide in der Pump und du hat sogar nicht Spaß, glaube ich. Ja. Das ist cringe. Ich brauche auch einfach meinen Loader. Ich lieg's nie. Bei mir ist noch ein Gegner. Ich hab was im Auge, halt's raus. On me Gegner. Ich glaub, das sind 2 Gegner. Ne, das ist ein Bot, Digga. Der wird von einem Bot so WP. Oh no! Ach, weil er nicht. Der auch mal an der Nischung. Ne, das ist ein Bot, Digga. Der wird von einem Bot so WP. Der bliecht jetzt. Der bliecht jetzt. Alter, was war das für eine Runde? Der bliecht jetzt. Alter. Alter, ich war halt noch nie so gut wie ein fucking Stark, Alter. Ich hab, Digga, das ist so dumm. Ich krieg nie die 50-50 Chat bei jeder Maus rollst. Resetter, Digga. das ist so scheiße bei Gott sei denn ich bin auf keyboard mach mal ausspielen und geh dann zu mach das lass nur was man machen Digga versteht ich hab beide Pumps bekommen ich hab mir Stare reingefallen ich weiß was passiert ist weil er genau in dem Moment gold Gott nein Digga wie cringe sind die Gegner wie schlecht sind die Gegner ich brauch nur irgendwas zu machen gegen deinen Ping ich schieß auch noch meine Pumps nicht Bro hat's gesehen der Minibug ja man du bist nur schief Digga spiel einmal mit meinem Ping ich klatsch dich 20-0 lass einmal Ping tauschen ich klatsch dich sowas von Jo du kriegst jede Wall von mir was willst du eigentlich für besseren Ping haben ist er flüssiger 1 auf 7 Spaß Digga das ist halt Action 3 auch wenn er Maus Reset hat auch wenn er Maus Reset hat auch wenn er Maus Reset hat Maus Reset nice Reset dann's gut Digga richtig dich über Maus Reset auf Alter switch zu Keyword oder hol nicht rum wenn du über mein dann switch zu Keyword dann richtig dich über meine Outlaim mach ich nein ich hab mich da nie bei Outlaim aufgeregt ja auch nicht auf ja man kann auch Kontrollen haben du hast gesagt 3 Minuten 30 doch ist das zuverschaffen ich bin ich bin ich bin rausgekommen ich bin aufs Clash mitgegangen ich bin aufs Clash mitgegangen ist dead alter eins das ist noch ein BB-4 mit der Gang aber war nötig Becci sag mal ehrlich wo bin ich gerade 1 6 6 1 dann bist du über 0,01 miss oh my god skrish ich mach grad nicht ernst ok ich werde dich eigentlich auch 3 jetzt so 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 Nein, oh Gott! Er ist mit 30, hat die Box, und wann? Ich bin bei dir, jetzt. Zwei, bleib einfach. Wir lassen einen Foto. Crack, crack, crack! Der Nose gibt einen Crack. Dead! Sack. Nice. Der Dummy haut ab, der Dummy ist bei mir. Geht doch du, lass doch die lieber holen. Nein, 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 nein. Bro, lass uns einen Crack an. Wir werden gar nicht gesnipet. Crack? Dead. Das ist der Wettbewerb. No Humor. Hier kommt das andere Team. Er kann so einen Boxen bauen. Oh Gott, der hat so einen Spaß. Einer ist 48. Einer 50. Einer ist ganz oben. Oh, okay. Dead. Oh, Gott. Oh, hier ist noch einer. Ich bin hier mit dem Sniper, wenn du willst. Ich hab eine E-Fäsche. Da. Da. Oh nein, hier rechts. Da. Im Sprung. Hälter. Vielleicht hab ich gehört. Die Menschen. Nein. Komm. Komm. Komm her, ich hab bounce da. Und, äh, Impulse. Ja, lass mal. Auf wen? Nach Richtung Nordwesten. 300. Ich hab halt kein Blue Life. Wenn du zu mir kommen kannst, hast du Blue Life. Wenn du zu mir kommen kannst, hast du Blue Life. Nein, krieg's nicht durch. Karte, äh, äh, was Blue Life. Wie ist der aus? Ja. Ja. Das mache kaum. Das würde schön für ekelhafte Spieler. Ja. Ich bin. Ich bin. Ja. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. squalte Typen. Ja. Ich bin. Wenn ich bin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja super cringe, würde ich den kill jetzt dafür nicht bekommen. Okay, last fight. He's cracked. What the fuck? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.